Ein Kran hebt eine Masse von 500 Kilogramm in 20 Sekunden auf die Höhe von 5 Metern. Ein zweiter Kran hebt dieselbe Masse von 500 Kilogramm auf dieselbe Höhe von 5 Meter, jedoch in 5 Sekunden. Der zweite Kran ist viermal schneller als der erste Kran, der zweite Kran ist viermal leistungsfähiger als der erste Kran. Wir wissen, dass man eine verrichtete Arbeit berechnet durch Kraft F mal Weg D. Die Einheit einer Arbeit ist also Newtonmeter, das heißt Joule. Die Leistung P einer Maschine ist der Quotient der durch sie verrichteten Arbeit W durch die dazu benötigte Zeit T, also Leistung Groß P gleich verrichtete Arbeit W geteilt durch Zeit T. Demzufolge ist die Einheit einer Leistung Joule auf Sekunde und diese Einheit nennt man Watt, zu Ehren des schottischen Wissenschaftlers James Watt. Eine andere frühere Einheit für Leistung war die Pferdestärke 1 PS entspricht 736 Watt. Wir haben den Begriff Leistung schon eingeführt in der Elektrizität und dies in dem Tutorial 3PHD082. Wir erinnern uns, in einem Stromkreis bewegt die Spannung die Elektronen und verrichtet also so eine Arbeit, die der Verbraucher, das heißt das elektrische Gerät umwandeln kann in Lichtenergie, Wärmeenergie, mechanische Energie und so weiter. Die Einheiten sind so festgelegt, dass ein Strom mit 1 Volt Pannung, der eine Stärke von 1 Ampere besitzt und eine Sekunde lang fließt, genau 1 Joule Energie transportiert. Und daher diese wichtige Formel, die elektrische Energie, ist gleich zur Pannung mal Stromterke mal Zeit. Diese Formel liefert den Zusammenhang zwischen mechanischen Einheiten und Tromeinheiten, wie hier Joule und Sekunden, das sind mechanische Einheiten, hingegen Volt und Ampere, das sind elektrische Einheiten. Also haben wir hier einen Zusammenhang zwischen solchen Einheiten. 1 Joule entspricht dem Produkt von einem Volt, einem Ampere und einer Sekunde. Die elektrische Leistung eines Geräts ist gleich zur elektrischen Energie, die es pro Zeiteinheit verbraucht. Also die elektrische Leistung von einem Gerät entspricht der Energie geteilt durch die Zeit. Eine elektrische Leistung wird dem schottischen Erfinder James Watt zu Ehren in Watt ausgedrückt. Die Einheit einer Leistung ist also Watt und je nach dieser Formel ist ein Watt dasselbe wie ein Joule geteilt durch eine Sekunde. Laut dieser Formel ist P gleich zu E auf T und laut dieser Formel ist E gleich zum Produkt von Q, I und T. Aus diesen zwei Formeln können wir sofort schließen, dass man eine elektrische Leistung P auch als Produkt von der Spannung und der Stromstärke berechnen kann. Im Alltag wird als elektrische Energieeinheit oft Kilowattstunde benutzt, so wie auf dem Stromzähler in unserem Haus eingetragen. Hier wird also die Anzahl verbrauchter Kilowattstunden gezählt und je nach dieser Anzahl müssen wir den Strom auch bezahlen. Hier ein konkretes Beispiel dazu. Eine 60 Watt Birne, die 200 Stunden brennt, verbraucht was an Energie? Laut dieser Formel ist die verbrauchte Energie gleich zum Produkt der Leistung und der Zeit. Also in unserem Beispiel gilt, die verbrauchte Energie ist gleich zu dieser Leistung 60 Watt mal diese Zeit 200 Stunden. Dieses Produkt ergibt also als Energie 12.000 Watt mal Stunde. Und 12.000 Watt, das entspricht 12 Kilowatt. So entsteht also diese Einheit für verbrauchte elektrische Energie Kilowattstunde.